Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RathausTV. Heute hier aus der Syrenheide vom neuen Spielplatz an der Trakener Straße. Für 400.000 Euro ist hier ein echtes Kleinod für die Jungen und Mädchen entstanden. Nicht entstanden an einem Reißbrett in einem Rathaus oder auf dem Tisch des Architekten, sondern unter Mithilfe der Kinder, die diesen Spielplatz auch nutzen im Rahmen eines großen Projektes, welches wir im letzten Jahr durchgeführt haben. Die Kinder haben sich ihren Spielplatz selbst aufgezeichnet und wir Erwachsenen, wir haben versucht, dem gerecht zu werden. Es gibt eine Röhrenrutsche, es gibt eine Seilbahn, es gibt barrierefreie Zugänge zu einem Matschbereich, es gibt einen barrierefreien Zugang zu einem Karussell, welches natürlich dann auch noch betrieben werden muss durch Muskelkraft. Also es ist für alle angerichtet und wir haben jetzt in den vergangenen Tagen auch schon festgestellt, dieser Spielplatz hier an der Trakener Straße ist auch ein Magnet geworden, auch für andere Kinder und Jugendliche aus der Syrenheide heraus. Aus Verl, aus Kaunitz, aus Sende, aus Bonholte, überall kommt man hier zu diesem Spielplatz. 400.000 Euro hat sich die Stadt Verl diesen Spielplatz kosten lassen. Aber nicht nur hier in der Syrenheide tun wir etwas für die Kinder und Jugendlichen, sondern auch an anderen Orten. Ich beginne mal in Bonholte. Dort ist ein Bonholte Bahnhof der Lupinenweg und der Dahlienweg Blickpunkt für zwei neue Kinderspielplätze. Auch dort haben wir mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauhofes, ich glaube, ganz tolle Spielgeräte aufgestellt und auch diese Spielplätze werden angenommen. Weitere Spielplätze sind in Planung, das ist sozusagen ein Dauerprojekt hier in der Stadt Verl. Jeden Monat nicht, aber jedes Jahr ein, zwei Spielplätze und dann sind wir irgendwann auch durch. Und die Kinder werden älter, also dürfen wir auch nicht die Jugendlichen vernachlässigen. Dazu beginnen jetzt in Kürze die Bauarbeiten am Freibad. Der erste Bereich, der auf Initiative seiner Zeit des Arbeitskreises einer der Kolpingfamilie entstanden ist, wird am Freibad eine große Begegnungsfläche gebaut für Jugendliche und auch die Möglichkeit, einfach mal zu grillen an einer Hütte. Die Bauarbeiten, wie gesagt, beginnen in Kürze und wenn alles gut geht, sind wir dann auch schon im Winter soweit, sodass wir im nächsten Jahr ganz toll mit dieser neuen Einrichtung leben können. Ein weiterer Spielplatz, nein, ich muss sagen, ein weiterer Gymnastik- oder ein weiteres Freizeitgelände findet derzeit in der Planung statt am Schmiedestrang. Auch dort beginnt die Ausschreibung in Kürze und dann werden wir im nächsten Jahr auch dort vieles Neues erleben, was Sport und Freizeit anbetrifft. Also an vielen Stellen sind wir hier in der Stadt unterwegs. Wir bauen aber auch nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern wir bauen auch für junge Erwachsene, insbesondere für junge Erwachsene, die ein Handicap haben und deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass eigentlich eines meiner Herzensprojekte jetzt wirklich auch in die Umsetzungsphase ist. Ich spreche davon, dass in dem Bereich des ehemaligen DRK-Heimes, das ist an der Östervierstraße, jetzt dieses DRK-Heim abgerissen wird und dort Wohngruppen für behinderte junge Menschen errichtet werden. Auch ein Projekt, was viele Jahre Vorbereitungszeit jetzt hinter sich hat und jetzt sind wir in der Realisierung. Und das freut mich, dass ich endlich dieses Versprechen, was ich seinerzeit den behinderten Menschen gegeben habe, auch umsetzen kann. Unweit von diesem Neubauprojekt am Bühlbusch befindet sich auch unsere Feldscheune, die wir jetzt vor kurzem erworben haben. Hier werden wir die Grundschule am Bühlbusch in den nächsten Jahren erweitern und zwar insbesondere um den Bereich der offenen Ganztagsschule. Wir konnten die Verhandlungen mit der Eigentümerfamilie zu einem Ende bringen und sind jetzt glücklicher Eigentümer als Stadtverl hier dieser Feldscheune. Mit dem gleichen Eigentümer haben wir auch ein weiteres Projekt auf die Realisierungsphase hingesteuert, nämlich unsere alte Dorfmühle direkt am Ort sein. Diese Dorfmühle war bei vielen Kommunalpolitikerinnen und Politikern, bei Bürgermeistern, bei Verwaltungsmitarbeitern, ja aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern häufig Gesprächspunkt. Und es ist schon immer wieder versucht worden, diese Dorfmühle zu verändern, sie als Eingang wirklich für unser Ort zu sehen. Und ich glaube, wir können jetzt mittlerweile alle stolz darauf sein, dass es uns gelungen ist, hier über einen sehr, 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 sehr langen Vertrag, nämlich einen Erdbaurechtsvertrag, uns in den Besitz dieser Dorfmühle zu bringen. Das heißt, wir in der Stadt Verl werden künftig über diese Dorfmühle verfügen können. Bis dahin, bis aber auch da wieder ein Zugang geschaffen werden kann, bedarf es auch wieder einer Vorbereitungszeit. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern es muss sehr, sehr ausführlich geplant werden. Es muss durchdacht werden und wir überlegen dann, ob wir an diese Dorfmühle noch weitere Dinge sozusagen andocken. Das könnte zum Beispiel Bank sein, das könnte zum Beispiel auch ein MIN-Technikum sein oder ein Gründerzentrum. Aber dazu gibt es noch keine konkreten Vorstellungen, was da jetzt genau passieren wird. Wichtig ist im Augenblick, wir sind ja im Besitz dieser Dorfmühle und können mit den Planungen beginnen. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Aber bis es soweit ist, wird auch noch in einigen Vereinen daran geplant, wie wird es danach weitergehen. Wie können wir unser Vereinsleben nach anderthalb Jahren Pause wieder mit Leben erfüllen? Wie können wir es aktiv gestalten? Wir als Stadtverl wollen da auch einen Beitrag leisten. Aus diesem Grunde habe ich die Vereine und Organisationen eingeladen, nach den Sommerferien einen Markt der Möglichkeiten zu organisieren. Wir wollen mal schauen, ob wir uns alle gemeinsam vorstellen können an einem Tag und wieder auf die Vereinsarbeit aufmerksam machen. Die Idee ist, den Vereinen die Möglichkeit zu geben, sich fortzustellen, sich darzustellen, wie sie auch ihre künftige Arbeit wieder aufnehmen und gestalten wollen. Die Ferien beginnen in Kürze, das sagte ich. Und während der Ferienzeit gibt es auch ein paar Dinge, die uns hier in Verl beschäftigen werden. Allen voran natürlich die Ferienspiele, die wieder verantwortlich vom Drosterhaus organisiert worden sind. Es machen aber auch wieder viele Vereine und Organisationen mit. In diesem Jahr können wir die Ferienspiele wieder deutlich besser anbieten, als es noch im letzten Jahr der Fall war. Wir werden die Ferienzeit aber auch dazu nutzen, einmal die Bibliothek, die in den letzten Wochen und Monaten umgebaut wurde, auf Vordermann zu bringen, nämlich einzurichten. Wir ziehen zurück sozusagen aus dem Provisorium des ehemaligen Steakhouses wieder zurück in die Bibliothek. Dazu wird die Bibliothek ein paar Wochen geschlossen sein, weil es dann auch einfach nicht möglich ist, Bücher auszuleihen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich habe schon die Ferienspiele erwähnt und unser Freibad ist natürlich auch geöffnet. Dann wird man da vielleicht auch das kühle Nass genießen können. Wenn die Ferien zu Ende sind, dann ist es noch mal gar nicht mehr weit bis zu unserem Fellerleben. Wir stecken da ein bisschen in einem Dilemma, weil wir wissen noch gar nicht genau, wie dieses Fellerleben 2021 stattfinden kann. Einmal haben wir noch die Folgen der Pandemie deutlich zu spüren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir gerade niedrige Inzidenzen haben, die das eine oder andere zulassen, was Lockerungen anbetrifft. Wir werden sehr spontan handeln müssen, aber ich kann an dieser Stelle schon sagen, wenn nichts Größeres passiert, werden wir in irgendeiner abgespeckten Form natürlich auch das Fellerleben 2021 durchführen. Nicht als come together in den Straßen und gefüllt, nicht als möglicher Hotspot, sondern wirklich sehr familienfreundlich in einem überschaubaren, begrenzten Rahmen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, ein Zeichen zu setzen und das dann, wenn es zulässig ist und wenn es möglich ist, auch ein Fellerleben durchzuführen. Es gibt also doch das eine oder andere auch für die Verwaltung jetzt in den Ferien zu tun. Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben jetzt zum ganz überwiegenden Teil wahrscheinlich Ferien. Sie haben sie geplant und wollen sie genießen. Ja, das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Lehnen Sie sich ein bisschen zurück, genießen Sie die freie Zeit, genießen Sie diesen Sommer und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute. Bitte bleiben Sie gesund und kommen Sie nach den Sommerferien gut erholt wieder zurück. Oder bleiben Sie gut erholt in der Stadt Ferl. In diesem Sinne bin ich Ihr Bürgermeister Michael Eske. Ich will nicht zurück. Wundercund ein bisschen höher, in dieser characteristics. Heute dachte ich, in diesen Tag, wwl, es wird vieles dringend. Wunderschauer ist. Untertitelung des ZDF, 2020